Tag, heute reden wir mal über den Battle Pass, beziehungsweise das letzte Update von Call of Duty Modern Warfare. Es gibt tatsächlich ein paar ganz gute Sachen, allerdings habe ich auch ein bisschen was zu motzen, muss ich ehrlich sagen, und dann schauen wir uns das direkt mal an. Das Video ist jetzt relativ ungeskriptet und spontan, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, habe mir ein paar Sachen ausgerechnet vorher, aber im Großen und Ganzen lasse ich es ziemlich straight auf mich wirken. Die neuen Maps, wie ich es schon von vornherein erwartet habe, machen das Spiel nicht wie früher, denn es liegt nicht an den Maps alleine, sondern es liegt auch an dem Game Design, es liegt an der Time to Kill, liegt an den viel zu lauten Steps, an der allgemeinen Noob- und Camper-Freundlichkeit. Da ändern auch alte Maps nichts dran, wenn das gesamte Spielsystem halt trotzdem noch nicht richtig funktioniert, aber das ist wahrscheinlich ein Thema für ein anderes Video. Jetzt geht es ja primär um den Battle Pass und ich denke, das ist auch das, was die meisten Leute von euch interessiert. Das grundsätzliche System ist, du kaufst für 1000 Codpoints dir den Premium Battle Pass. Wenn man jetzt vom ganz normalen, unrabattierten Preis ausgeht, sind das umgerechnet 10 Euro. 1000 Codpoints sind 10 Euro, das ist unsere Rechnungseinheit. Es gibt noch größere Pakete, wo man dann Rabatt bekommt, wenn man 100 Euro ausgibt, hast du 30 Euro Codpoints extra, 30 Prozent, sowas halt. Aber für das Beispiel gehen wir vom gezielten Kauf aus. Natürlich ist es unterm Strich vielleicht ein bisschen günstiger, aber denkt bitte dran, das ist im allerbesten Fall, im allerbesten Fall 30 Prozent günstiger ist als alles, was wir jetzt hier ausrechnen. 10 Euro für den Battle Pass finde ich völlig okay. Der geht 60 Tage, glaube ich, oder was, knapp, also zwei Monate. Das heißt für zwei Monate 10 Euro, da kannst du den Content freispielen. Und was ganz wichtig ist, wer den auch spielt, den Content und alles rausgrindet, der kommt am Ende mit, ich bin mir ziemlich sicher, 1300 Codpoints. Es stand am Anfang da, als ich es denn gekauft habe, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich meine mich zu erinnern, 1300 Codpoints hast du am Ende wieder raus. Das heißt, du hast 300 Codpoints verdient, dadurch, dass du den Pass spielst. Sind nur 3 Euro, aber du hast halt im Endeffekt kein Geld ausgegeben, sondern noch wieder was zurückbekommen an Ingame-Währung, dafür, dass du den Pass durchspielst. Und der Pass als solcher, der ist okay. Klar, ob die Skins jetzt alle so Bombe sind, das sind ja nur Blueprints, Visitenkarten, das Klassische. Hier sind die angesprochenen Codpoints, die gibt es halt alle naselang mal so 100 Codpoints dazu. Was ich auch cool finde, dass das nicht am Ende dann quasi abgerechnet ist, sondern dass einer, der jetzt, weiß nicht, vielleicht nur 80 Stufen schafft, trotzdem seinen Battle Pass raus hat vom Preis. Und sich von den Codpoints, die er verdient, und das ist das Wichtige, den nächsten Season Pass in zwei Monaten halt einfach direkt wieder kaufen kann. Das heißt, eigentlich muss man nur einmal einen Zehner ausgeben, das finde ich okay. Waffen, ja, die sind für alle verfügbar, so wie ich das verstanden habe. Das dürften diese Freipässe sein hier, das sind die Sachen, die jeder kriegt. Definitiv sowas hier, ne, schwarze Diegel, finde ich cool, kann man machen. Aber es ist natürlich jetzt auch nichts, wo man jetzt sagt, wow, da raste ich jetzt drauf aus. Obwohl ich sagen muss, ich finde es gut, bisher sehen die Skins nicht so übertrieben aus. Waffenscharms finde ich immer gut. Im Großen und Ganzen also für 10 Euro. Wenn man es ausspielt, kann man hier, finde ich, grundsätzlich erstmal absolut nicht meckern. Und auch die Sachen, die für alle da sind, die gratis für alle sind, sind soweit in Ordnung. Was ich sagen muss ist, da ist der erste Punkt, wo ich echt sagen muss, bin ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen mehr Operator wären echt nicht schlecht gewesen, weil unterm Strich bekommst du eigentlich nur noch Skins für Operator, die es schon gibt. Und da hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, ja, ein Skins oder ein richtiger Operator ist jetzt für viele vielleicht nicht der Mega-Unterschied. Aber ihr dürft nicht vergessen, neuer Operator im Battle Pass würde bedeuten, dass der auch wieder drei, vier verschiedene Optiken hat. Das hier ist nur eine Optik für einen Operator. Ist das jetzt kein großes Gemecker oder so? Also wie gesagt, also für 10 Euro finde ich den Pass okay, weil man, wenn man ihn durchspielt, halt am Ende mehr rausbekommt, als man reingecashed hat. Und quasi für einen einmaligen Preis alle weiteren Battle Passes in der Zukunft spielen kann, wenn das System so beibehalten wird. Jetzt kommt das nächste Problem. Zum einen kann man natürlich den gesamten Battle Pass auch abkürzen. Da sagt er mir, 14.550 Codpoints müsste ich ausgeben. Grob gesagt jetzt mal 150 Euro. Fast 150 Euro für den Battle Pass abkürzen. Egal ob man es macht oder nicht, es geht, es ist möglich. Und das rechne ich jetzt einfach mal mit rein, mit allem, was man überhaupt kaufen kann. So, jetzt hast du also quasi 160 Euro schon mal ausgegeben, um den ganzen Battle Pass Cuppes zu kriegen. Natürlich muss man für manche Sachen da noch Herausforderungen machen. Die sind auch nicht sonderlich anspruchsvoll hier. Also die müsste man dann machen, wenn man den ganzen Scheiß haben möchte. Selbst hier beim 100er, du kriegst noch mal eine ähnliche Skin, noch mal eine ähnliche Skin. Das ist der erste wirkliche Kritikpunkt auch. Die Skins sind super unkreativ. Die alte hier ist cool so, die ist neu, hat einen eigenen Charakter irgendwie, fände ich völlig okay. Ganz viel von dem Scheiß, den man hier bekommt, ist einfach nur eine Abwandlung. Und die Abwandlungen sind recht minimal. Aber dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, was ist denn du, Alter? Und zwar im Shop. Du kriegst eine orangene Operator Skin. Gut, wem's gefällt. Also, zwei Waffenskins, ein Talisman und eine Skin Abwandlung. Und wenn man ehrlich ist, haben sie hier einfach nur den normalen Operator genommen und seine Jacke einfach orange eingefärbt. So, das ist, mehr ist das nicht. Muss man ehrlich sein, das ist pissbillige Arbeit hier, das hat der Praktikant gemacht. Und dann heißt es, jo, hier, pack das rein, let's go. Klar, der Talisman ist neu, seh ich eins völlig okay. Okay, kein Mensch interessiert sich für Visitenkarten, für Geld. Man kriegt einen Stufensprung vom Battle Pass, wow. Also, das heißt also, man kriegt eine Stufe geschenkt, amazing. Gut, Execute, finde ich in Ordnung, ist cool. Aber, ohne am Strich würde ich jetzt mal sagen, 18 Euro für eine orangene Jacke. Wo der Soldat ansonsten komplett gleich aussieht und ein bisschen Kappes, finde ich persönlich ganz schön krass. Also, selbst die Elite-Skins bei Rainbow Six Siege sind nicht so teuer. Die kosten 15 Euro. Das finde ich schon heftig. Aber da hast du eine Elite-Skin mit eigenen Gadgets, mit eigener, komplett eigener Optik, einem MVP-Screen, einem extra MVP-Screen und so einen Scheiß. Hier kriegst du halt eine orangene Jacke. So, dann denkt man sich, okay, komm, ist vielleicht nur die eine Skin, dann klickst du den nächsten an, was auch immer das hier ist. Guck mal, hier, für 15 Euro, zwei Skins, die, wie ich sagen muss, nicht mal sonderlich hübsch ist, wo ich sie gerade mal anklick. Okay, das sieht ganz cool aus, hat halt so mit den Viking-Runen und so, also die Skin als solche so, finde ich sie cool. Ist cool mit so einem alten Wikinger-Messer, Leute abstechen, wäre ich voll dabei. Das hier hätte in den Battle Pass gemusst. Nein, du musst sie für 15 Euro kaufen. Okay, 5 Euro für die Uhr, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen viel. Für so eine Uhr 2 Euro, ohne den Scheiß hier, das Ding noch in Battle Pass, wäre sinniger gewesen, in meinen Augen. So, Reaper, und das ist das, was ich meine. Schrotschuss. Man muss natürlich erstmal eine ganze Menge Kills mit dem Revolver machen, um den Schrotschuss zu bekommen. Dadurch, dass man jetzt hier aber einen Blueprint bekommt, wo der Schrotschuss schon drin ist, ist das hier per Definition Pay-to-Win. Denn ich kann mir jetzt einen Shortcut kaufen zum Schrotschuss, den ich mir sonst relativ müßig ergrinden muss mit Kills, und hab den dann. Und das zum Beispiel finde ich nicht in Ordnung. Das kostet garantiert nur einen Zehner, weil die genau wissen, die Leute gucken, oh, der Schrotschuss, nice. Direkt ein Shortcut. Mal abgesehen davon, dass die Skin echt geil ist. Gefällt mir echt gut. Aber auch das Ding gehört meiner Meinung nach in Battle Pass und nicht für 10 Euro. Das ist dieselbe Skin. Sie haben es einfach nur gefärbt. Das ist er in der normalen Variante. Gut, ich glaube, das Gras sieht ein bisschen anders aus. Aber im Großen und Ganzen ist das abgesehen davon exakt der gleiche Operator. Mit der Knarre hier. Ich wette, die 7 ist auch noch genauso drauf. Gucken wir mal. Ja, die 7 ist auch drauf. Sie haben es also einfach nur rot gemacht. Man sieht das. Klar, da hat er noch ein Funkgerät. Und er hat auch, glaube ich, die Beine sind ein bisschen mehr gepolstert. Vielleicht täuscht das auch. Das hat nicht viel Arbeit gekostet, die Skin zu machen. So, dann hast du hier eine DMR-Skin. Die finde ich tatsächlich ganz geil. Aber genau das Gleiche gibt es schon bei einer anderen Sniper. Also dieses Rumgewickel, das gab es vorher auch schon. Da musste keiner lange dran stricken. Das wurde einfach nur auf die Waffe raufgeklebt. Von der anderen Waffe übernommen. Sieht genau so aus. Wir haben eine Farbänderung von einem Operator. Bisschen am Gras geändert. Keine Arbeit. Wir haben das hier. Den Duftbaum finde ich cool. Aber auch das gehört eigentlich in Battle Pass. 14 Euro. Ich finde es zu teuer. Ich finde es zu teuer für das, was es bietet. Und vor allen Dingen darf man einzig vergessen, das ist kein Free-to-Play-Game. Wäre das ein Free-to-Play-Game, was jeder sich einfach runterladen kann, würde ich sagen, okay, für 15 Euro hätte ich ein Bundle erwartet, wo, weiß nicht, drei, vier Operator drin sind. Und nicht 15 Euro pro Operator Skin. Das ist einfach zu dolle. Ohne Frage. Sieht nice aus. Würde ich mir durchaus gönnen. Aber nicht für 15 Euro, Alter. Na, cool. Whisky-Pulle ran. Finde ich nice. Sticker, gut. Kann man machen. Muss man nicht. Das hat der Praktikant eingesprochen. Es tut mir leid. Hier haben sie ihm die Kapuze einfach aufgesetzt, die er sonst so lose da hängen hat. Was anderes haben sie mit ihm eigentlich nicht gemacht. Wenn die 15 Euro für den Operator wollen, dann hätte ich gerne was Neues. 18 Euro. Entschuldigung, bitte. Die Skin war so aufwendig, da nehmen sie lieber gleich 18 Euro. Womit ist da 18 Euro gerechtfertigt, Leute? Sieht auch bös gefährlich aus, der Bruder. Die Skin hat solche völlig cool, aber warum ist sowas nicht einfach im Battle Pass? Ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen, was mich am meisten ankotzt, ist das Spiel. Es hat an allen Ecken und Enden einfach fucking Probleme. Der Netcode ist immer nach Schrott. Die Hit-Rack funktioniert meistens nicht. Ich habe das Gefühl, die Hitboxen glitschen immer noch sonst wohin. Die Leute schießen mir ins Knie und ich bin Insta-Rip, als hätte ich einen Headshot gefressen in den Killcams. Es ist einfach von hinten bis vorne nicht fertig. Dead Silence ist immer noch nicht als Perk drin. Die Steps sind immer noch viel zu laut. Die Leute campen sich immer noch in jedem Spiel den Arsch ab. Und Baupläne gibt es natürlich auch noch. Das heißt also, falls ihr auch nochmal 10 Euro ausgeben möchtet, für eine einzige Waffenskin die, wo ich sagen muss, auch nicht besonders gut aussieht. Aber das ist ja Geschmackssache. Und ein Talisman. 10 Euro ist einfach zu viel, Bruder, für eine Skin. Für eine Waffenskin. Das ist, also ich finde auch die Skin hier, das ist nicht aufwendig, sowas zu machen. So ein Bundle hier, muss ich mal sagen, ne, mit so einer Waffe. Guck mal, die Skin ist Bombe. Die ist cool. Richtig geil, finde ich die sogar. Ach, hier ist der Schrotschuss auch mit drin, aha. Aber die Skin ist tatsächlich geil. Man müsste den Hessischen Stiefel natürlich abmachen, ne. Aber selbst für das Bundle, was mich echt interessiert, würde ich niemals im Leben 13 Euro ausgeben. Das hier sollte maximal ein Fünfer kosten. Das wäre okay. Ist meine Meinung. Micro Transactions sollten nicht Macro Transactions werden. Warum? Warum ist alles so fucking teuer? Weil die Leute es kaufen. Weil die Leute es kaufen. Ich habe original gesagt, wenn das Spiel cool ist, cache ich auch rein. Aber das Spiel ist nicht fertig. Der Shop ist völlig überteuert. Der Battle Pass als solcher ist okay. Wirklich, muss ich wirklich sagen, absolut in Ordnung. Dass du die Codpoints wieder rauskriegst, finde ich okay. Aber diese völlig übertriebenen Preise in dem Shop, äh, wacht mal auf, Leute. Ganz ehrlich. Kauf da nichts von. Kauf da bloß nichts von. Die haben sich keine Mühe gegeben mit den Skins. Da ist nichts bei, was einen 15 oder 18 Euro Preis wert ist. Nichts. Minimale Arbeit mit maximalen Profitversuchen. Und wenn ihr darauf reinfällt und das jetzt alles kauft, dann werden wir diese Scheiße nicht mehr los. Dann wird auch dieses Cod vollgepackt sein mit schwachsinnigen Scheiß. Hauptsache, alle zwei Wochen kann man wieder 18 Euro oder 50 Euro reincachen. Und ich habe es mal ausgerechnet, wenn du den Battle Pass kaufst, willst du das abkürzen. Nur mal ganz grob gerechnet. Für die 150 Euro, die das kostet. Dann hast du 160 Euro ausgegeben. Und die ganzen Pakete im Shop kosten zusammengerechnet 200 Euro. Und das lasst euch jetzt mal auf der Zunge zergehen. Alles, was wir uns gerade angeguckt haben, soll zusammen einen Wert von 200 Euro haben. In einem Spiel, was schon 60 Euro pauschal erstmal kostet. Wer mir jetzt wirklich ernsthaft erzählen will, dass der Schrott hier, und es ist Schrott in meinen Augen. Orangene Jacke, bisschen ein anderes Skin, trotzdem dasselbe Modell. Nicht mal ein anderes Gesicht, nix, einfach noch andere Klamotten. Das ist eine Frechheit, Alter. Das ist im Leben keine 200 Euro wert, der Schrott hier in dem Shop. Und man muss es halt nun mal einfach so sehen, dass es die potenzielle Option gibt, 200 Euro reinzucachen für Scheiß. Den ihr nächstes Jahr sowieso nicht mehr braucht, weil jedes Jahr ein neues COD kommt und das alte damit obsolet wird. Muss ich wirklich ehrliche Kritik üben. Der Shop ist absolut eine Granatensechs. Der Battle Pass ist völlig okay, find ich cool. Wobei hier auch zum Beispiel wieder, ne? Das ist die Skin, die im Battle Pass drin ist. Die sieht genauso aus wie die andere, nur ein bisschen Lappen mäßiger so. Ja gut, wenn man Lappen ist, kann man sich auch wie einer kleiden. Aber ich denk, ihr wisst, worauf ich ihn auswille. Das ist faul. Und es ist ein AAA-Studio und die wollen AAA-Preise für ihren Pass, dann will ich auch AAA-Scheiß im Pass. Man muss sich das mal reinziehen. Denn alles, was hier drin ist, kostet Zehner. Nicht ein einziges Paket hier kostet weniger als ein Zehner. 1.500, da, 15 Euro, 15 Euro, 18 Euro, 15 Euro, 10 Euro oder 11 Euro, 15 Euro. Hier genauso, der Huntsman, 18 Euro. 18 Euro für eine orangische Jacke, Alter. Da ist nicht meine Skin bei. 15 Euro, 5 Euro. Das Einzige, was genauso teuer ist wie der gesamte Battle Pass, ist der Reaper. Und da kriegst du 1, 2, 3, 4, 5 Sachen für. Oder du cashst den Zehner rein für den Battle Pass. Also den Zehner für den Battle Pass, den kann man ausgeben, find ich persönlich. Macht das, könnt ihr ruhig machen. Aber wer hier im Shop was kauft, Alter, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also tut mir leid. Ich mein, ja, du kannst natürlich 13.000 Call-of-Duty-Points kaufen. Dann hast du 30% Rabatt, also 3.000 extra Points für 100 Euro. Und, weiß nicht, 360 Euro für einen allerersten Patch und eine allererste Season, wenn man alles haben möchte. Das ist schon heftig. Also das Abkürzen vom Pass ist mit ein bisschen, ne, das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen hochgespielt. Aber man muss es einfach mal hochspielen. Weil, das geht nicht, Freunde. Das geht nicht. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay für Vollpreisspiele. Erst recht nicht, wenn die so viele Probleme haben und die einfach sich nicht anhören, was die Community zu bemängeln hat an dem Spiel. Wenn die der Meinung sind, die müssen ihren Stiefel durchziehen. Nein, die ganzen Noobs freuen sich, dass sie auch Leute erschießen können, endlich. Alle sitzen nur in dunklen Ecken rum. Man sieht nichts, wenn man beschossen wird. Diese ganze Scheiße ist da drin. Und dann will ich aber auch ein vernünftiges Produkt haben, wenn ich schon solche schwachsinnig hohen Preise vorgesetzt bekomme. Kauft nichts in diesem Shop. Das ist mein Empfehlung. Das ist nur Müll. Da ist nur Müll drin. Ein paar Sachen sind cool, aber die sind es einfach nicht wert. Am besten direkt mit Portemonnaie sprechen. Frei nach dem Motto. Versucht es bitte im Shop nochmal neu. Gebt uns aber einen neuen Anreiz, was zu kaufen. Das wollen wir nicht haben. Das ist meine Meinung. Wenn ihr das anders seht, schreibt es in die Kommentare. Keine Ahnung. Ich kann dazu nur meine Meinung sagen. Aber Battle Pass. Soweit top. Völlig okay für den Preis. Der Shop. Ne. Giga 6. Kleider Giga 6. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.